Moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Nach dezenten Startschwierigkeiten dieser Session heute, bei mir mal ausnahmsweise, jetzt endlich wieder weiter mit dabei sind wie immer Barock, Hoho, Juyuka, Abend, Fritz Paulus, Moin, Lemmy, Hallihallo, Sirkene, Nambend, und diesmal nur noch ich. Kayvi ist noch nicht da und Sydney ist mal wieder nicht aufgetaucht. Ich denke mal, da wird nichts mehr passieren. Ich habe keinen Plan. Du hast keinen Plan. Haben die jemals einen gehabt? Ich muss Nägel machen. Ja, für die Plantage habe ich, ich könnte ubeneinander Plantage weiterbauen, aber im Winter ist das scheiße. Ähm, ein Stück unserer Mine ist übrigens eingestürzt, weil das nicht abgestützt wurde. Na du mal. Ich guck mal eben. Also der Eingang ist ja noch frei. Ja, der Eingang ist auch abgestützt. Das ist ja uninteressant, was eingestürzt ist. Es sieht doch gut aus. Ich muss erst mal ein Bier hingehen. Dann zieht es da drin nicht so. Da ist auf einmal Erde drin und das sieht nicht aus. Das Stück ist aber eingestürzt, kann auch eingestürzt bleiben, beziehungsweise kann jetzt wieder gerade rausgegraben werden. Das konnte ich nicht abstützen. Achso, war... Das ist geradeaus raus. Ja. War verbuggt oder was? Ja, ich hatte es mit einer Schräge nach unten aus Versehen gegraben. Das ist doof. Ja, der letzte Schlag ging mit einer Schräge nach unten, hatte ich mir verklickt. Ja, ich habe in der Zwischenzeit schon mal einen Haufen Kräuter gesammelt und die werde ich jetzt erstmal mixen. Und ich habe Landwirtschaft auf 60 gebracht. GZ. Hey. Gut, dass das nicht so lange dauert mit der Landwirtschaft. Wust. Schön, dass alles, was ich jetzt hier gerade aus dem Berg rausschlage, kann ich alles oben auf dem Acker gebrauchen. So. Du und... Okay, das sieht jetzt scheiße aus. Wer sieht scheiße aus? Ähm... Herr Saldin? Hm? Sind Sie noch in der Niedermine? Hm, hm. Sie sollten mal nochmal hochkommen. Sie werden das Kotzen kriegen. Hast du es gerade freigegraben und ist es wieder schief geworden? Nein, es ist gerade freigegraben und daneben war Eisenerz. Ja, und? Wo ist dein Problem? Ich habe keins. Hast du eins? Aha. Dieses eine Erdfeld unten ist halt, weil ich... Weil es schräg nach unten gegraben wurde. Ja, sieht halt ein bisschen doof aus, aber egal. Ach, das Feld muss nachher wieder einmal abgestützt werden, wenn mir jemand vier Holzbretter da hinlegt. Und dann passt das. Kann eigentlich nur eins hoch abstützen oder auch zwei oder drei? Ähm... Gute Frage. Ich meine, man kann auch höher abstützen, aber da brauchst du, glaube ich, die andere Abstützung für. Ja, das war dann Graben 90. Das dann mit Holzstämmen ging. Und nicht mit Brettern. Und nicht mit Brettern. Ja, dann lerne das doch mal eben. Ja, ja. Willst du jetzt nägeln oder nicht? Wie viele brauchtet ihr denn noch? 60. Ich muss mir den Soundeffekt hier runterstellen. Das ist ganz schön laut. 20 habe ich hier noch in der Tasche. Ja, dann muss ich noch 40 machen. 35 sind hier noch in der Kiste. Dann muss ich noch 5 machen. Ja, 5, genau. Dafür muss ich aber noch mal schmelzen. Ich habe keine Metallklumpen mehr. Dann mach doch mal eine volle Ladung Metallklumpen, dann hast du ein paar auf Vorrat. Na. Die Öfen sind hier an euch. Es finden sich auch Freiwillige mit Fackeln, notfalls. Mit Sicherheit. Dann gibt es auch wieder ein paar Verwundungen, dass der Arzt wieder lernen kann. Danke, ich habe noch genug. Also keine Verwundung. Aber ich habe gerade keine Bettruhe, falls der Arzt mich kurz verarzten möchte. Dann auch weg. Ich stehe ja gerade eh nur rum. Beabsichtigt oder beabsichtigt? Naja, ich renne nur auf den Spieleplatz von A nach B. Warum das denn? Erz holen und Erz in den Ofen packen. Oh, Ecker, sie sind raus. Oh, warum denn? Weil sie das Spiel nicht können. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal die Hohe Ecker-Folge im Mittelalter gesehen. Oh, die war gut. Hohe Ecker, sie sind raus. Warum das denn? Weil sie den Drachen anlocken. Echt ein Drachen. Wenn ihr euch fragt, warum ich die hier auf 38,8 nach oben abflette, das sieht nachher halt besser aus, wenn die Steinmauer dran liegt. Sagst du so. Ja, ich weiß, ich habe den jugendlichen Leichtsinn. Ist doch unsere Standardmethode. Standardmethode? Ja, so ein paar. Ja, ich habe die besten Sichel-Methoden. Nein, du hast einfach nur Umreinungsäußerung. Ich hatte euch beiden schon eine Metallsiche gemacht? Mir ja. Ja, mir auch. Aber ich hätte gerne noch eine Schaufel, eine Spitzhacke. Um das weitere Werkzeug kümmere ich mich gleich, wenn ich hier erstmal soweit die Nägel fertig habe. Eine Axt? Ja, ja. Ich muss jetzt sowieso erstmal... Überhaupt. ...ein der Erz kloppen, das ist gerade leer. Wie? Wieso ist das Erz ständig alle? Noch Kupfer da, aber daraus kann ich dir keine Werzeuge bauen. Hund. Was macht das arme Getier wieder? Gegen den Stuhl laufen, weil es Aufmerksamkeit möchte. Und da er gelernt hat, dass es bei mir nichts bringt, wird es halt bei Besuchern versucht. Bei denen es auch nichts bringt? Doch, du hast mit ihm gesprochen. Ich habe ihm Befehl gegeben. Ja, immerhin, du hast dich mit ihm befasst. Wo er sich wahrscheinlich drüber kaputt lachen wird. Naja, ich habe Sitz gesagt und er hat sich hingelegt. Also, war nicht ganz richtig, aber zumindest hat er was gemacht. Nicht ganz richtig, aber falsch. Okay, und was ist, wenn du jetzt Platz zu ihm sagst? Gibt er dir dein Pfötchen? Dann steht er jetzt wahrscheinlich wieder auf. Weil er sich denkt, hey cool, du sprichst von mir. Er ignoriert dich einfach gekonnt. Nein. Doch. Nein. Äh, in der Decke ist Eisen. Das ist aber eine kalte Decke. Ja. Muss ich mich nochmal von woanders herangraben, um da heranzukommen, wenn das hier leer ist. Decken kannst du nicht. Ja, deswegen sag ich, muss ich mich von oben nochmal drangraben. Ja, aber auch wenn du von oben kommst, zählt das unten drunter als Decke. Aber ich vermute, dass da drüber noch mehr Eisen ist, weil ich von unten an die Aderhand wahrscheinlich drangegangen bin. Das heißt, wenn ich mich jetzt zwei Felder da drüber nochmal drangrabe, vermute ich mal, da oben wird noch Eisen sein. Aber hier ist sowieso noch genug. Man kann nie genug Eisen haben. Ja, für den Moment ist hier genug. Oh, das waren ein paar Plantagenarbeiten für heute. Was mache ich jetzt? Straße weiterbauen. Nein. Ein Angelsteg. Nein. Deine Skills hochbringen. Nein. Apotheke. Alter, vier drücken. Nein, für das habe ich mit Stutt verantwortet, nicht ich. Wieso? Wieso nicht? Ich hatte keinen Disconnect bei mir, wollte nur meine Hardware gerade nicht funktionieren. Könnt ihr anfangen, Setzlinge zu sammeln? Könntest du? Das mache ich schon. Aber da kannst du natürlich trotzdem mitmachen. Wurde Gott sagen, zu zweit ist immer besser. Könnt ihr anfangen, dich zu sicheln, Herr Barock? Könntest du versuchen. Aber ich habe eine Metallsichel. Dein macht mir Schaden. Und ich habe Übungen im Sicheln. Genau, hau doch mal wieder ein bisschen. Bin jetzt bei 42 in Forstwesen. Ja, dann dauert es ja nur noch 200 Jahre. Gefühlt. Mal gucken. So, ich habe jetzt erstmal Schnauze voll vom Kräutermixen hier. Was? Oh, was ist denn über? Was für mich? Ich habe noch ein paar über. Willst du die haben? Ja, pack die mal in deine Kiste. Ich hole mir die gleich raus. Ich gucke mal, ob du da welche bei hast. Warte, ich werde jetzt Schlussmittel brauchen. Ja, warte, ich gucke mal, ob ich in meiner Kiste auch noch welche habe. Ich glaube, die hatte ich alle verbraucht. Hätte hier in der Lehmgrube eine 96er Eiche stehen. Jo, da steht die gut. Lass die mal stehen. Falls da Interesse besteht. Da besteht bestimmt Interesse dran, ja. Sobald die Skills hoch genug sind. Also bei der Lehmgrube, wo wir immer Lehm wegholen, meinst du? Bin mir nicht sicher. Die rechts vom See. Ja, genau. Das sollten wir uns schon mal merken. Das ist gut. Die einzelnen, nicht die drei, vier unten. Ich muss mal die ganzen Pulver hier in die Truhe kloppen. Denk dran, ein bisschen Auge aufs Essen zu haben. Wenn das zu wenig wird, bitte Bescheid sagen. Oh, kommst du nichts an, außer Hütte raus, sägt da auf mal jemand los. Was hast du denn jetzt gedacht? Ich dachte, da ist jetzt irgendein Vieh wieder oder so. Jemand sägt gerade deine Stützbalken von der Hütte durch. Ja, genau. Ich muss ja mit allem rechnen hier. So, in welchen Korb soll ich das reinschmeißen? Vor deinem Haus oder was? Ja, schmeiß mal rein da vor meinem Haus. Oh, da ist schon vier Nafta. Da kann ich echt mal eine Lateine schmieden, wa? Fleißiges Kärlchen. Respekt. Bin ja auch schon auf 62 bei Kräuterkunde. Yo. Und Naturkunde auf 90. Wer siegt hier mit mir? Weiß nicht, die Dualsäger. Jujuka? Ja. Was sägst du? Holz. Weichholz, Britta. Warum da raus? Weil er die braucht. Weil die Stämme hier so wunderbar schön praktisch bei der Schmiede liegen, so für meine Handles. Für eure Wechsel. Meister, Meister. Die hab ich da hingelegt. Hast du gar nicht? Noch. Nee, das war so, keine. Hm-hm. Hm. Hm-hm. Hm-hm. Guck in meine Aufnahme. Hm-hm. Habt ihr's bald? Ich hab noch Platz im Inventar für... ...gleich wir uns scheitern oder so. Ach ja. Hier. Wenn ihr's noch nicht mitgekriegt habt, wenn ihr ein Baum gefällt habt, könnt ihr da rechtsklick untersuchen drauf machen und dann sagt er euch die Haltbarkeit des Stammes an. Und hier, wenn ihr einen Balken raus sägen wollt, muss der Baum 100 Haltbarkeit haben. Für ein Brett 20 und für ein Scheit 10 Haltbarkeit. Das hat mir der gute Martin Thomas in den Kommentaren geschrieben. Ja, aber bevor du ihn fällst, dann kannst du die Daten hier auslesen und dann weißt du, was genau rauskommt. Ah, da sagt er dir aber, glaub ich, nur die Qualität an, ne? Ja, schon, aber ich hab ne Liste, da kann ich dir ganz genau sagen, was rauskommt. Ja, gut. Es gibt grundsätzlich drei Arten, also qualitätsmäßig, drei Arten von Bäumen. Da musst du nur die Zahl 33 merken. Bissens, was das Doppelte. Unter 33 ist schlecht, bis 66 ist gut und über 66, also 67 ist sehr gut. Okay. Ein 67er Eiche bringt zum Beispiel 120 Holzscheit, 60 Bretter oder 12 Spalten ist das Beste. Ja gut, aber so eine Eiche, dann musst du auch erstmal zersägen, ne? Ja, ja, aber unter 67, also 66 ist genau die Hälfte. 60, 30, 6. Okay. Darum alles über 67, die Setzlinge möglichst aufheben oder die Bäume noch lassen, ne? Ja. Ja, weil 67 ist im Moment die Grenze, klar brauchen wir später noch besseres Holz, aber zum Neusetzen, dass viel Bretter und Scheite rausbekommen ist eben, dass die Grenze 67. Ja, das ist gut zu wissen. So, und ich hab jetzt auf jeden Fall festgestellt, es hat immer noch keine Falle geschnappt. Und das, obwohl die schon so ab vom Schuss sind. Nee, schnapp, 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 schnapp. Ja, eben nicht. Wenn sie mal schnappen würden, ne? Dein Gott hat für heute genug von dir gehört. Ach, das ist doch doof. Selbst wenn du den Göttern schon auf den Sack gehst, ne? Tja. Die hole ich da gleich runter und mach mich selbst zum Gott. Uhu. Zufallstreikens, ein Blitz erschlägt dich. Ja, das wär's, ne? Der Riesenmittelfinger auf dem Bildschirm. So, was fresse ich jetzt aus? Essen haben wir noch. Was hat mal ein DSA-Spielleiter zu uns gesagt? Auch Kühlschränke durchschlagen, Tavernendächer. Mhm. Also, Vorsicht mit Blasphemie gegenüber die Götter. Die könnten mit Kühlschränken werfen. So, ich hab noch ein paar Steine Inventar. Die werde ich mal eben verpflastern. Baum fällt. Hebe ihn wieder auf. Kannst ja nicht jemand deine Bäume in der Gegend rumliegen lassen. Kann man schon. Waren die hier Nägel jetzt eigentlich fertig? Fünf Stück fehlen noch. Ich schmelze gerade das Eisen. Weil ich hab noch acht Metallklumpen, zehn Bruch. Ich würde zehn Nägel. Okay. Das Verhältnis. Aber das Eisen ist gleich fertig. Ach stimmt. Das ist wirklich ein komisches Verhältnis. Ja, Sinn macht das Verhältnis schon. Weiß ja nicht, wie groß die Klumpen sind. Wah! Da fiel jemand vorm Himmel. Echt? Wer? Ja, jemand bringt dir Holz. Mach's so. Wo hin die Scheite? Schmeiß erstmal auf den Boden. Ich suche dafür gleich Platz. Oder verarbeite es gleich direkt. In der H-Blockplatz brauche ich gleich erstmal für das Eisen. Vielen, vielen Dank. Was haltet ihr eigentlich von Alternativen über Medizin? What? Ist das sowas wie alternative Fakten? Nein, sondern wirklich alternative Medizinkunde. Also weg von den Bayernwerken oder wie alle heißen, sondern wieder hin zu Großmütterchens Kräuterküche. Ach, du meinst jetzt ist MRL oder was? Richtig. Wenn's funktioniert gerne, wenn nicht, nö. Also allgemein, was haltet ihr von den alten Hausmittelchen eurer Uroma? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Schmeckt scheiße. Wie bist du darauf gekommen? Erzähl. Weil ich neben mir ein Buch liegen habe, das Kräuter ABC der Hexerei. Aha. Hat jemand... Wenn ich ein bisschen drin rumblättere und beispielsweise Kamillensud lese. Ja, Kamillensalbein-Nut ist... Äh, Sud ist sehr gut gegen Erkältung. Nutze ich selber noch ganz gerne, wenn... Wenn Erkältung im Anmarsch ist. Wenn du sie richtig schon hast, ist sie eh zu spät, aber... Wenn ich mich da gerade recht erinnere, dich bringt sowieso nix um. Ja, dat würd ich nicht sagen. Das hast du schon alles versucht an ihm? In der... Das möchten wir jetzt nicht aufzählen. Ich hab schon einiges versucht. Und einmal hätte ich es fast geschafft. Und du bist nicht der Einzige, der es versucht hat. Das haben schon viele versucht. Ich hätte... Vier Schaufeln im Angebot. Beziehungsweise drei. Eine will ich. Wer möchte gerne jetzt einmal zu mir kommen und abholen? War klar, dass du als erstes hier stehst. Wie, geht jetzt nicht? Ich hab dich doch schon angehandelt. Ja, ich dich auch. Ehe. Mach's nur nochmal. Du hast bereits ein aktives Tauschgeschäft. Dein Ernst? Ja, komm her. Ich hab das Fenster gerade geschlossen. Mach. Kann man Steine hinschütten? Schöne Böden. Äh. Wo der Platz ist? Theoretisch oben bei der Mine ist so eine kleine Fläche. Äh, Moment. So, hat jemand Lust mit irgendwie mal ein paar Knochen zu besorgen? Gerne in der Nixon-Aufnahme. Hast du Federn? Da ist aber wieder dunkel. Ich muss das Handeln noch annehmen, ne? Habe ich schon. Kein Fenster bekommen? Nein. Das hatte ich gerade auch. Ich probier's nochmal an. Jetzt hab ich eins. Ja, jetzt ich nicht mehr. Mach nochmal zu. Mach zu und handel mich einmal an. Ach so, hier. Ich brauch doch diese andere, andere Kochstelle. Wo würdest du sie hinhaben? Äh, da wo es Sinn macht und Platz ist. Auf den Arbeitsplatz. Weil das Ding brauche ich nämlich auf jeden Fall, um Knochenleim zu machen. Reicht das nicht mehr für die normale Feuerstelle? Nein. Nein. Also nicht laut den letzten Patchnotes. Da haben die auch einiges geändert. Du kannst jetzt nämlich Knochenleim direkt schon mit Tierverarbeitung null herstellen. Oh. Deswegen möchtest du Knochen haben. Ja. Aber dafür brauche ich trotzdem erst Tiere. Damit ich Tierzucht lernen kann. Aber irgendwie wollen die nicht in eine Falle tapsen. Die miesen Viechers. Juhu. Man siehe einmal Slow Motion. Ich werde die Fallen jetzt nochmal gucken, ob da jetzt was los ist. Und sonst muss ich mir irgendeine andere Tätigkeit erstmal suchen, bis die schnappen. Ich glaube, dann gehe ich noch... Ich werde die an der Feuerstelle zu den Feldern setzen. Mach das. Mach das nicht Sinn, die Kochstelle hinter sein Haus zu setzen? Da, wo wir das Essen lagern? Was ja in der Nähe von dem Werkplatz ist, wo wir auch den Knochenleim aufbrauchen. Könnte man auch machen, aber am Feld stört mich auch nicht. Und ich habe noch eine Schaufel zu verschenken. Früher oder später hätte ich gerne eine. Ich bin bloß nicht in der Nähe. Hast du nicht schon eine? Oder ist die schon wieder kaputt? Ich habe Säge, Messer und... Ach, den Kram habe ich dir gegeben. Ja, wo du Messer sagst, Messer bräuchte ich auch noch. Ja. Moment, ich will... Ach so, wer wollte mich schlagen? Was? Wer will geschlagen werden? Ja, komm, danke. Ah, nicht ich. Nee, ich habe definitiv die Frau hier geschlagen. Gut. Ich habe mich auch gewundert, warum ich nicht abgebrochen habe mit der Tätigkeit. Es sah so aus, ja, ich habe so komisch gezuckt. Laufel? Ja, Moment. Alter. Nicht in Tätigkeiten. Ist ein bisschen lediert aus. Ja, könnte daran liegen, dass ich nur noch 38 HP habe. Er hat sich letztes Mal mit einer Sichel unterhalten. Ein wenig. Er wollte mir einen großen Hammer überziehen. Ein wenig. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal pflastern, bis... Irgendwie mal was in... Ja. In Dingens kommt. Ausstelle bei der Miene, lege ich dir immer wieder Steine rein dann. Okay. Da sind zwar nicht viele, aber... Im Hang liegen noch ein paar hundert. Kann das sein, dass neue Sachen implementiert worden sind? Zum Beispiel? Haselnussstrauch. Gab sie nicht vorher auch schon? Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich meine, ich hatte nie was mit Landwirtschafts- und Baumkram zu tun, aber ich kenne ihn noch nicht. Ach, Herr Müllstein bräuchte ich auch. Der kommt ja nicht von mir. Den wird der Herr gleich haben. Baue ich ihn neben die Kochstelle. Einverstanden? Ja. Und ne Kiste brauche ich für die Kochstelle. Die kannst du bekommen. Jedenfalls die Werkstoffe dafür. Von mir. Die fünf Metallbänder und die Karnägel. Herr Salentin, ich brauche Kupferbahnen. Nimm dir doch die Kupferbahnen. Naja, Kupferplatten. Moment. Wie viele brauchst du? Kann ich dir gleich umschmelzen. Für deine Baustelle brauche ich, sage und schreibe zwei. Meine? Vier Stiele und zwei Hartholz-Scheite. Meine? Für ne Baustelle, ja. Was hab ich denn für ne Baustelle bestellt? Für meine. So. Was du für deine sagtest. Also für deine, also meine. Also ich weiß, was ich meine. Nein, jetzt verwirrst du mich. Gut. Dann sind wir auf einer Ebene. Also ich könnte hier eine Weinpresse bauen, aber deinen Mühlstein sehe ich gerade nicht. Denkt auch mal jemand an meine Baustelle noch? Die gegenüber von der Schmiede. Deine Baustelle gegenüber von der Schmiede? Welche meinst du? Da brauchen wir Knochenleim für, ne? Unter anderem, ja. Aber da fehlt, ja, praktisch was damit. Äh, nö. Weichholzbretter sind drin. Nägel kann ich dir machen. Leinenseil ist das, woran es hängt. Ah, okay. Unter was fiel denn noch mal jetzt dein Mühlstein? Ich hab keine Ahnung. Musst du gucken. Die Klasse wieder rein. Boah, so viel krieg ich nicht mit. Und den Schneiderkasten hätte ich auch ganz gerne irgendwann mal, bitte. Dann kann ich nämlich auch, äh, den, irgendeinen Hammer machen, der gewünscht würde. Ah ja, hier den. Ja, ich weiß welchen du meinst. Die Schuhe findet jetzt nicht deine Bestellung. Muss ich denn selber gucken jetzt, oder was? Bitte. Haben wir noch irgendwo Weichholzstämme rumliegen? Äh, nicht dass ich wüsste. Hm. Weil ich brauche Weichholzscheite für Handels. Äh, Handels kann ich dir acht geben. Oh je. Dann könnte ich den Schreinerkasten auch schon mal machen. Bist du? Hab den Mahlstein gefunden. Der heißt Mahlstein und ich Mühlstein. Ich hab nach was falschem geschaut. Ah, okay. Unter was fällt der? Schreinern. Schreinern? Schreinern unter dem Liederwerktisch. Und wir sind am Ende einer Folge. Jo, mach sofort. Danke sehr. Hier in der Küste. Genau. Gut. Dann sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ihr kennt das Spiel, Daumen nach oben gehen, geben, Abo auch immer gerne. Alle, die aufnehmen, sind unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten unsere Server-IP und das Passwort zum Mitspielen findet ihr da unten auch. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. 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 Vielen Dank.